Du hast dieses Horn den Überresten eines Nadeikversamen entnommen. Nadeikversamen entnommen. Ein Sammler wäre wahrscheinlich daran interessiert. Verkaufe es beim Händler. Nehmen wir. Und wir leveln ab. Was war das? Ausdauer, Genauigkeit, Wirklichkeit, Mentale Fähigkeit, Kraft. Ich glaube mit Beweglichkeit Nahkampfschaden, um einhändige, zweihändige Schwerter zu führen. Damit wir bessere Waffen führen können, nehme ich jetzt Beweglichkeit. Und hier Charisma haben wir im Plus 1 durch unseren Hut oder unser Cape, was auch immer das war. Wissenschaft, für die Präparation von Kugeln und alchemistischen Präparaten werden weniger Zutaten benötigt. Schlösserknacken 2 können wir mit unserer Rüstung, das ist okay. Okay, Intuition war jetzt schon manchmal vielleicht von Nöten, aber... Handwerk. Grundlegende Waffen- und Rüstungsverbesserungen. Komplexe Tränke. Ich mach Wissenschaft. Ich mach Wissenschaft. Gut. Das war ein geiler Kampf, Jungs. Ich bin froh und Mädels. Ich bin stolz auf euch. Oh, sieh mal einer an. Sehr viel weniger betäuben, aber etwas mehr Schaden. Und... Oh, halt, das Gold würde ich schon gerne mitnehmen. Aber vielleicht zieht die sich auch schneller, lässt die sich auch schneller ziehen als unsere Büchse jetzt. Weil gerade, vor allem in diesem Kampf, hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich zweimal auf den... Hotkey drücken musste, bevor er wirklich geschossen hatte. Also... Sicher bin ich mir nicht, aber... Ich guck's mir mal eben an. Hier. Pistole. Ja. Das macht die Schilder auch ein bisschen mehr weg. Ist aber halt... Weniger betäuben. Hab der sicher gesagt, es hat eine Feuerrate von zwei. Was bedeutet das? Bin mir nicht sicher. Ich rüchte jetzt erstmal die aus. Und... Ich kann doch hier auch sicher Sachen herstellen. Ja, sieh mal, ich hab da so einen Tisch. Stolpern der Fralde. Nebeltrank. Gegengift. Munition. Okay. Okay, wow, ich kann zwei Munitionen machen. Gut. Wiedergeburtspulver kann ich machen. Davon habe ich gerade vier. Äh, dann mach ich das doch. Ich würd gern... Warte, nein. Nein, nichts so viel. Ich mach ja ein Wiedergeburtspulver für das, was wir gerade... ... starkes Wiederbeleben. Okay. Heiltrank. Herr Rüsterer Heiltrank. Wir machen mal... ... 25. Schlecht. Rüstungssalbe. Salbe, die Rüstung schneller wiederherstellt. Rüstungsregeneration plus 100. Ich... Okay. Okay. Was geht denn hier? Klinkheitstrank. Kettengeschwindigkeit. Angriffsgeschwindigkeit. Oh, 15 Sekunden. Großer Klinkheitstrank. 30 Sekunden. Genauso viel. Aber dann mach ich doch von dem ein bisschen. Okay, kann ich ja noch dran machen. Und... ... elementare Falle. Ich hab jetzt sehr viel auf meinen... ... auf, äh... ... den... ... den Dolch... ... geschmiert. Dafür brauch ich Harz. Harz, Harz. Bernstein, Harz. Immer nur Harz. Also für die ganzen Fallen brauch ich Harz. Harz 4 brauch ich. Jetzt aber zum Lager. Seid denn ich finde hier Harz. Nehmen, nehmen, nehmen. Hey. Bin ich mit? So, das Harz findest du. Da hinten ist doch ein Tier. Da sind viele Tiere. Oh, was haben die für eine Rüstung. Das ist doch nicht normal. Boah. 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 Also was deren Rüstung angeht, sind die nicht schlecht. Schön gepanzerte Viecher. Also mit meinem Schwert mach ich denen überhaupt null Schaden. Also gar keinen. Äh. Ich bin zu hinten oder was. Ich will schon ein bisschen rumlaufen, um vielleicht Harz zu bekommen. Ich hab gesehen, wie wichtig es ist, um hier in einer elementaren Fallen und so etwas zu machen. Wie wir für diesen kleinen Boss oder großen Boss, ich weiß jetzt nicht, ich hab nur einmal gegen so etwas gekämpft. Also zuvor im Hafen. Das war schon ein bisschen rumlaufenen. Aua. ach hier geht es dann ach das ist das phantom lager hier wo wir waren ok und was ist das düstere höhle es kitzelt mir in den fingern aber ich möchte ich möchte unbedingt in die düstere höhle wirklich 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 es tut mir leid ich kann nicht anders wenn da steht düstere höhle damit und wir können noch ein bisschen hart sammeln wenn wir den hart finden der tierchen tatsächliche ich weiß nicht ob der petrus wirklich so gut ist also ich glaube schon dass der guten schaden mit einem altar das ist doch nicht die düstere höhle hier ein fähigkeiten punkte erhalten ich den direkt mal investieren ich habe sogar noch zwei also dass man sehen granaten das wäre schon geil und das braucht glaube ich auch zwei fähigkeiten punkte was hätten wir dann hier leichte kanad lüge entladung stachelmine verheerenden kann und eine bombe wir wollen auf der alle feinde in einem großen bereich trifft ok das ist unsere haue was ist das hier rolle ermöglicht eine rolle ein zweites schnelles ausweichen okay sagt mir jetzt irgendwie nicht hier gibt es einfach mehr zorn erzeugung erster tritt tritt beschädigt die rüstung ja gut beim rüstungsbrechenden sachen haben ja eigentlich die kanone also mehr gift mehr elementar schaden mehr betäubung von magischen sachen ich glaube ich gebe mir die zwei punkte für die kanate und hier null von null ja schön und wo ist jetzt diese höhere auch nur noch mal ganz normal und zurück ja ja und jetzt irgendwann das könnte gefährlich werden ist es aber nicht weil wir keine gegner sind es sei denn jetzt kommen irgendwelche fledermäuse von oben dann drehe ich durch ein schöner übergang ohne ladebildschirm das gefällt mir weichern wir mal okay rechts oder links links sieht nach einer wand aus an der wir nicht hochkommen unmöglich zu erkennen also rechts kann es sein weil ich meine taschenlampe anhabe das hat ein bisschen geholfen ich glaube nicht es ist ein bisschen ich glaube nicht es ist ein bisschen komisch dass das jetzt nicht anschließen ich dachte wenn die schlafen dann wäre das okay haben wir hier aber sie mal ist der arm abgefressen und das bei schon doof da reinzugehen ohne irgendwie level 13 zu sein war hier das möglich zu erklimmen also ich bin jetzt hier einmal rumgelaufen und hier gibt es eine leiter sonst wohin und hier kann ich rüber und dann komme ich zudem unmöglich zu erkennen wo sieht es aus dann sind wir einmal im kreis gelaufen und dann sehen wir uns die leiter an ich brauche was habe ich ein gegengift erst mal ein halltrank und dann gegengift noch mal ein halltrank das gegengift jetzt nicht genommen aber nicht ich bin wohl getroffen worden zwischendurch und deswegen nicht das gift das gegengift genommen was auch immer okay noch mal wie jetzt kommen sie nicht Ah, man, ich denke, ich hab' geholfen.